Hey, meine Raborken! In der heutigen Episode werden wir ein Superhelden-Battle machen, aber am Ende des Videos gibt es das große Finale zwischen Venom, das ist Spider-Man in Heftig, gegen Thanos. Das wird ein richtig heftiges Battle ganz am Ende, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf dem Weg dorthin werden wir aber andere Superhelden spielen. Ich kann euch die Kiste hier schon mal zeigen. Ich hab hier Batman, Hulk, Iron Man, Thor, Loki und Superman, Supermanski. Auf der anderen Seite ist Elina, die auch Superhelden hat. Herzlich willkommen. Hallo. Okay, du darfst, also wir werden zuerst sechs Battles machen, am Ende gibt es das Finale. Ich bin gespannt. Lass eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr Superhelden sehen möchtet. Ja, du darfst dir einen aussuchen, ne? Ich darf mir einfach random einen aussuchen können. Random. Ich beginne mit, ich beginne mit einem Klassiker, glaube ich. Ich beginne mit den, es sind eigentlich alles Klassiker. Ich sehe nichts. Boah, der Hanzug sieht aber nice aus. Okay, wir testen, was wir für Fähigkeiten haben, Leute. Okay, so kann ich meine verschiedenen Battle Ranks wechseln. Seht ihr das? Und die kann ich dann, also ich mach mal einen Test. Oh, ich glaub, ich hab den auf mich selbst geschmissen. Leute, wir haben technische Schwierigkeiten. Batman ist hier grad, Batman hat Probleme. Oh, so. Okay. Nummer 9. Ah, okay. Der explodiert, glaub ich, oder? Ja, okay. Also wir haben verschiedene Battle Ranks hier mit Rauch und Pipapo. Dann, ich glaub tatsächlich, das ist schon irre Fähigkeit, die Batman hat. Weil mehr kann Batman ja eigentlich auch in Wirklichkeit nicht. Das ist, ich glaub, das ist wirklich alles. Scheiße, Alter. Na, okay, das wird reichen. Ich hoffe, das reicht. Gegen Jalinski, wen hast du genommen? Ja, ich hab Luke Cage genommen. Luke Cage, Alter, da hab ich die Serie geguckt. Der ist übelst stark. Ja, der ist... Der ist, glaub ich, auch unsterblich eigentlich, aber egal. Der hat Stärke, aber mehr kann der nicht. Ich glaub, der kann auch wirklich nicht mehr. Ich hab die Serie geguckt. Okay, Abfahrt. Let's... Ui, 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 ui. Ach, ich kann die alle spammen. Die haben alle einen verschiedenen Cooldown. Ich bin unsichtbar. Oh Gott, den Nebel darf ich nicht mehr machen, der leckt ja übelst. Alter, Alter. Hey, das ist übelst... Na, Mann. Hier, das ist... Bin ich stark? Bin ich... Bin ich Tony Stark? Tony Stark hab ich in der Kiste. Ich glaub, du auch, oder? Ja, ich auch. Hä, meine... Was kann der hier? Ach, Elektro. Ja, aber das ist irgendwie alles Müll hier. Schön vergiftet. Nee. Hä, Elektro, die machen gar nix. Hä, bist du im Game-Mode? Ich bin nicht im Game-Mode. Ich bin wirklich nicht im Game-Mode, Alter. Ich bin einfach unsterblich. Das ist ja übelst illegal, hä? Als ob der wirklich einfach unsterblich ist. Ich hab noch nicht mal Schaden bekommen von, äh... Jetzt zieh das mal aus. Ja, deswegen hast du... Haben auch meine ganzen Battle-Ranks nicht funkt. Ja, er ist halt for real. Ich hab... Ich sag noch, der ist unsterblich. Er ist einfach wirklich unsterblich. Loll. Das ist ja maximal illegal, Alter. Ja, Moin, Batman ist übel scheiße. Aber Batman ist auch gar kein richtiger Superheld eigentlich. Batman hat der einfach nur... Der kauft sich einfach nur teure Sachen. Nach der Niederlage muss der definitiv ein Sieg her. Und da weiß ich auch... Also wir können ja hier gucken. Die haben auch eine Bewertung. Ne? Ja, der ist Tier 4. Das höchste. Nehmen wir mal. Okay, wir kriegen Regeneration. Wir haben... Was haben wir? Oh. Oh. Das war erst noch Probe. Okay, warte. Wir müssen noch andere Fähigkeiten. Der musste noch mehr können. Wie? Das ist das Einzige, was der kann? Oh, Mann. Das ist ja... Also ich meine, das reicht ja auf... Oh, nee, nee. Oh, nee. Da war noch was. Ich war super schnell. Ich hab's genau gesehen. Triff mich, Elina. Triff mich. Triff mich. Oh. Ich hänge. Zählt nicht. Zählt nicht. So. Fliege ich eigentlich? Oder laufe ich nur schnell? Ich glaube, du läufst nur schnell. Sieht so aus. Hey. Wer bist du Ant-Man? Ant-Man? Ich bin Ant-Man. Ja, mach dich doch auch mal klein. Ich bin noch klein. Nö, bei mir nicht. Du musst gedrückt halten. Ich halte auch gedrückt. Ich bin klein, wenn ich gedrückt halte. Aber wenn ich... Oh, das sehe nur ich. Das ist ja der übelste Lobatsche, Superheld, Alter. Alter, hoffe ich aber auch... Also ich weiß auf jeden Fall, dass... Ah, ich kann auch fliegen. Ja, logisch. Bin ich auch Superheld. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass beim Finale... Also Venom und Thanos, die sind übelst heftig. Also das wird... Das wird krass. Das sind auf jeden Fall heftiger als diese Superhelden hier. Okay. Supermanski hat damit einen Win-Goal. Den win der Woche. Easy. Wir nehmen mal einen neuen. Also jetzt neun sind wir, den hat man noch nicht. Tor. Ich muss irgendwie mal einen... Ah, genau so. Und jetzt kann ich das mit dem Hammer machen. Genau. Und der hat, glaube ich, auch... Ja. Du bist auf jeden Fall ein stark... Okay, Elina, let's go. Ich bin Hulk. Oh, das wird spannend. Was kannst du? Ich kann... Ich kann, äh... Wie üblich gar nichts, aber ich bin halt mega stark. Habe ich dich gerade gelähmt? Nein, ich bin nur stehen geblieben und habe nochmal meine... All meine... Ja, aber Thor ist... Hä, du... Kann ich wieder so schlecht hin? Oh, doch nicht. Oh, wie viel hat es noch? Thor hat übelst rasiert, aber Thor ist halt auch ein Gott. Ja. Thor ist halt heftig. Ich weiß gar nicht, wer in den echten Superhelden-Battle... Ich weiß auf jeden Fall, dass Superman, glaube ich, wirklich so mäßig einer der heftigsten ist. Weil Superman ist auch so schnell wie Flash und so. Der ist richtig krass. Und Superman kann auch Thors Hammer hochheben. Uff. Der ist übelst heftig. Aber es können auch noch andere Tore... Ich glaube, Loki kann den auch hochheben. Oh, ich guckte... Ich sehe das immer auf TikTok nämlich. Aber, also... Spider-Man ist tatsächlich auch übelst heftig. Der ist ein ganz, ganz heftiger. Ohne Witz. Weil der ist halt so übelst stark. Aber Spider-Man haben wir heute leider nicht. So. Okay, wir gehen zu... Ja, dann gehen wir direkt hier mal zu Loki, die wir schon gerade über ihn geredet haben. Loki. Seht ihr? Der kann seinen Hammer tragen. Pürenn, weiß ich auch abgeschlossen. Der hat aber einen anderen. Der hat nämlich diesen... Oha, Alter! Okay, Loki kann sich teleportieren. Schmeckt. Der kann auch sich aus- und anziehen. Okay. Ah, und der hat auch den Zepter. Oh, hey, Loki ist cool, Alter. Loki ist, glaube ich, der heftigste bisher. Ui, der ist... Okay. Ja, ich habe den Juggernaut gewählt. Ah, Juggernaut. Den kannten wir nicht, ne? Nee. Leute, schreibt in die Kommentare, was für ein Held ist ja Juggernaut. Also, ich habe wieder Effekte. Aber kein einziger ist Superkraft. Alter. Butterfly! Ich glaube, wir kommen weg von dir. So krass bist du auch nicht. Scheiße. Ich kann mich teleportieren. Du kannst nicht, glaube ich, wer wegkommt. Nein, komm her! Kannst du anders so fliegen? Alter, Loki ist ein heftiger Baller, Alter. Easy. Ich muss eigentlich zugeben, ich habe mir die geile Superhelden-Mod genommen. Und die Nina hat die scheiß Superhelden-Mod gekriegt. Ja, ich habe die... Oh mein Gott. Die will ich Version bekommen. Loki hat niemals rasiert, Alter. Easy, 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 easy. Man, die haben einfach gar keine Fähigkeiten. Warum kann ich hier Knöpfe überlegen, aber die haben keine Fähigkeiten? Repose deaktiviert. Aber ich habe den. Ich kann ihn aktivieren. Deaktiviere ich ihn. Ach nee, das ist nicht der Repose. Das ist der Arc Reactor. Five Light System Online. Weapon System Online. Select Weapon None. Okay, wir müssen Waffe selektieren. Ah, Repose aktiviert. Ah, okay. Laser Weapon. Knockback Fist. Dagger. Missile. Laser. Knockback Fist. Ja, okay. Also Rückstoß. Dagger. Ah, dann hat der so... Dann hat der hier so... Ihr seht, so ein Dolch, ne? Missile. Oh. Laser. Geil, 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 geil. Das ist der coolste Misser, Alter. Let's go. Ja, der sieht richtig cool auch aus. Warte, muss gucken. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass das so ein heftiger Atze ist. Ja, okay. Wer bist du? Ich bin Batman. Und ich bin sowas von lost. Ich habe meinen Batarang einfach im Sand verloren. Ich habe ihn geschmissen und er war einfach im Sand weg. Für immer. Jetzt habe ich ein Tierschwert. Oh, nee, ey, du. Alter, Batman hat keine Chance, ey. Ich kann auch nicht mal fliegen. Da wird die Lieder direkt gebannt vom Server, Alter. Und ich spreng direkt noch deine Base jetzt mit. Ey, da war doch noch was drin. Nö. Die vorletzte Runde. Ich muss mich erst verwandeln. Welchen Knopf muss ich da drücken? Ah. Ich bin Hulk. Okay. Da kann diese Fähigkeit. Alles klar. Das war's. Okay. Ich kann nur so einen Explosionsschlag irgendwie. Wer bist du? Ach, du bist Iron Man jetzt. Yeah. Aber ich bin Iron Man in der Aldi-Version. Sieht echt richtig scheiße aus, dein Anzug. Es gibt übelst viele Iron Man Anzüge. Du kannst ja doch ein alter Iron Man Anzug sein. Great. Ich sehe schon, komm, du fällst runter und stirbst. Nein. Willst du dich nicht mal verwandeln? Nö. Will mich ja nicht verwandeln. Aha. Okay. Ich wandel mich erst, wenn du da bist. Ich mach eine Landung. Lass mich landen. Ja, lande doch. Ich mach doch gar nichts. Ich bin nicht mal verwandelt. Ich hab Angst, dass ich gleich sterbeleite. Lande doch jetzt mal. Was bist du für ein super... Oh mein Gott. Ne halbe Stunde gelandet und trotzdem verkackt. Ich kann nicht schlagen. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr schlagen. Alter. Mach nochmal. Hey, das ist cool. Alter. Das war der losteste Zufall. Ey, ich hab deinen Reaktor gefunden von deinem Anzug. Alter, cool. Der hat mir auch nicht weiter geholfen. Ich kann noch nicht mal mehr schlagen jetzt. Ja, weil du den Reaktor, glaube ich, verloren hast. Leider gab es technische Schwierigkeiten mit der Aufnahme. Ey, Leute. Das war der Kampf. Ey, also ich hab die Aufnahme verkackt. Ich hab vergessen, das Profil zu wechseln. Deswegen gibt es den Kampf jetzt leider nicht auf Band. Nur den Ton. Deswegen setz ich mich hier ganz, ganz kurz, bevor das Video veröffentlicht wird, setz ich mich hin und will euch zumindest nochmal Venom vorstellen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, Leute. Wie craftet man Venom? Das geht ganz, ganz einfach. Dazu brauchen wir einen, eine Withered Skelet. Chill. Ein Ende Auge. Boom. Ey. Ich hab noch... Ich... Ey. Ich bin ein Kollege von dir, Alter. Ich bin quasi auch eine Spinne. Chill mal deine Basis, Alter. Okay, warte. Wir müssen... Wir müssen sie ganz schnell machen, Leute. Boom, 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 boom. Am... Ambers. Boom. Und da haben wir die Venom-Rüstung. Tsch, 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 tsch. Hä? Warum sehen die so aus? Ist das normal, dass sie so aussehen? Warum sehen die so komisch aus? Okay, also. Wir haben verschiedene Angriffe. Sechs Angriffe seht ihr unten. Wir beginnen mit dem Tentakel. Wupp. Alter. Habt ihr gesehen? Oh, ich bin fast tot. He he. Ups, 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 ups. Habt ihr das gesehen, Alter? Das war nice. Passt drauf nochmal. Da kann man ihn ranziehen. Problem ist, macht leider nicht so viel Damage, aber sieht halt arschcool aus. Ho. Nice. Dann haben wir... Oha, Superjump? Ah, mit Superjump geht man so nach vorne. Okay. Okay, Superjump ist auch relativ klar. Oh, ich glaube, Spike-Shooter ist heftig. Ah, ja. Okay, Spike-Shooter kann man... Oha, das ist übelstark, kann das sein? Wie viele Shots? Oha. Geht's hier nochmal? Alter, wir müssen das Dorf beschützen. Okay, also das macht er auf jeden Fall. Sau viel Damage. Chillig. Mit Split kann ich so einen Klon erschaffen. Und jetzt, wenn ich nochmal drücke... Merge, Swap. Ah, okay, okay, okay. Guck mal. Swap kann ich jetzt tauschen. Ups, jetzt bin ich wieder der echte. Hey. Swap. Oh. Hä, das ist übrigens so OP, Alter. Guck mal, jetzt kann ich hier rumlaufen. Doch, kein Bock mehr. Swap. Und nochmal Swap. Und wenn ich Merge drücke, dann bin ich wieder... Bumm. Einer. So, jetzt kommt aber noch Tentakel Spin. Die allerheftigste Attacke, Alter. Passt mal auf, das brauchen wir hier. Aber ein paar... Ein paar Monsters hier. Ist eigentlich ganz gut. Ho, ho. Habt ihr gesehen, Alter? Ey. Das schießt ihn in die Luft, Alter. Das sieht aber... Das sieht halt so heftig aus. Es macht halt irgendwie... Leider macht... Ah. Leider macht Venom nicht so viel Schaden, Alter. Aber die Attacken sind schon saunice. Also, ich glaube, der hätte gegen Thanos keine Chance gehabt. Das sage ich euch ganz ehrlich. Bumm. Easy. Wie viel Damage hat denn das? Kann ich damit auch Damage machen? Sag mal. Wupp. Okay, warte. Den zu treffen ist nicht so leicht. Easy. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und abonniert auch meinen Kanal. Wir sehen uns. Haut rein, euer Benson. Tschau. Tschau.